hallo und herzlich willkommen bei reddog gamble ich bin natürlich auf die jagen nach dem ticket und heute habe ich das spiel infinity kingdom ich habe das spiel schon heruntergeladen meiner account nicht gefunden deswegen will ich jetzt aber mal starten voll mit drei machen und ja so ein mist eckerlich die rarist alchemy ist die key to opening the ultimate gate die fight for the stone has been a curse die kingdoms of man haben in war für hunderte of years und Untertitelung des ZDF, 2020 und legte ihre Arme in den Bremen. Ein von einem, unsere Stadt fallen. Wenn nichts getan wird, sie würden sie nicht mehr verleten. Wir fassen die Tür. Okay, dann wollen wir mal loslegen. Wir werden eingekriffen. Schnell jemanden beschwören. Kommt jetzt gleich. Jawohl. Den Truppenplatz. Die Barrens wurden verletziert. Die Barrens wurden verletziert. Die Barrens wurden verletziert. Die Barrens wurden verletziert. Ton-Ton-Ton-Ton Blumen Ja, Mann! Das war's für heute. Das war's. Das war's für heute. I have all seen the victory. Hm, nö, nicht kaufen. Ich sterke durch einen Absalom der Feier reicht ohne Stecher. Es reicht überprüft. Sch BERN die Brotherhäusche? Die Anstoßen ist vor mehreren Fikos zu hoffen als Sieg. Das war die Überführung. Ge hybrid, das tun einen Stütz mal wieder zurück mit der Le27. Genau das ist so wichtig, ich glaube, es tun sich unter dem durch reverse schon weiter. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, ich dachte, ich bin angemeldet. Hm. Hm. Okay. 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 I beg your forgiveness. Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Gut. Eine Heilerin. Und noch einmal gratis. Vielen Dank. Damit haben wir jetzt noch einen Wasserkämpfer. Und... LeBurg 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 2, okay. Und damit können wir jetzt mal... Okay. Okay. Die Formation erinnern. Ach, die geht noch gar nicht. Wir haben Feuer. Was ist das hier noch? Oder... 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 Nice. My king, I thank your forgiveness. Jetzt spiele ich noch bis zur nächsten Burgerweiterung und dann war es das für heute. Ich bin froh, ich bin froh. Okay. Gut, dann würde ich mir sagen, das war es jetzt. Ich mache noch einmal die Burgerweiterung. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Okay, dann kann ich jetzt auch noch mal bis Burglevel 4. Das sind hier nur die beiden Gebäude. Okay, dann bin ich ja in der Wildnis rein. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. Ich hoffe, wir können schnell zurückkontrolle, die Stadt, die von dem ... ... ... Die Gnome Troops wandern aus der Seele. Du kannst ihm mehr leisten. Die Gnome Stock auf 6. Hmm... Jawoll... Es gibt Punkte hier heute... Oh, die täglichen Days sind freigeschaltet worden... Aber die mache ich jetzt nicht noch... Das dauert so und zu lange... Ich gehe meist erst auf Entwicklung... ... 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 Okay. So, die Punkte nochmal ab. Und da ist nochmal ein roter Punkt, den nochmal nachschauen. Den Brunnen nochmal nachschauen. Da ist nochmal ein roter Punkt. Und Gegenständen nochmal. Die IP nochmal. Nochmal ein Talent zum Vergeben. Gegenstand wieder. Okay. Und das war's. Gebäude alle gebaut. Bauernhof soll noch auf Level 4 gemacht werden. Machen wir beide schnell auf Level 4. Das dauert hier nur ein paar Sekunden. Und fertig. Die Burg. Jetzt die Mauer nochmal auf Level 4. Die Mauer sagt Trainingsgebäude aufwerten. Dann machen wir das nochmal schnell. Punkte abholen. Und. Und. Nochmal ein Talent vergeben. Gut. Das war's jetzt. Spiel beendet. Ticket abholen. Ich sag schon mal. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr auf der nächsten Video seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.